Hallo liebe Leute, und was steht bei euch so? Wollte mal am Laufen halten, endlich mal wieder einen kleinen Kommentar für deine Anlagen von mir. Ich find's schön, wenn mich so 16 Leute abonniert haben, macht weiter so, danke euch. Vielen Dank und hier mal ein kleines kurzes Video mit meinem Filmmodus, wo ich gerade bin. Ich bin GTA 5 und ja, haut rein, Video folgen, sehr gut. Bis zum nächsten Mal.